Viele Kinder und Jugendliche nutzen Technik, aber verstehen nicht, wie sie funktioniert. Wir ändern das. Wir unterstützen junge Menschen in ihrem Forscherdrang und schaffen einen spielerischen Zugang zu komplexen Themen. Darin sind wir Profis. Hands-On-Technology gibt es seit 2002. Wir organisieren und betreuen die Förderprogramme First Legoleak, First Legoleak Junior und den RoboCup Junior. Das sind Forschungs- und Robotikwettbewerbe, in denen Kinder und Jugendliche in die Rolle von Ingenieuren oder Wissenschaftlern schlüpfen. Was wir machen, ist Nachwuchsfütterung im MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Gleichzeitig vermitteln unsere Programme soziale Kompetenzen, Intim- und Kommunikationsfähigkeit. Wir sind zuständig für alle Wettbewerbe in Zentraleuropa. Wir kommunizieren mit den Teams, wir schulen hunderte von Helfern, wir kümmern uns um die Logistik, Sponsoren und Öffentlichkeitsarbeit. Eigentlich machen wir von A bis Z alles. Angefangen haben wir mit 16 Teams in Deutschland. Mittlerweile betreuen wir mehr als 1000 Teams mit fast 10.000 Teilnehmern pro Jahr. Wir arbeiten weltweit mit einem Netzwerk aus Schulen, Universitäten, Unternehmen, Jugendeinrichtungen und Museen zusammen, die die Wettbewerbe vor Ort unterstützen und unsere Vision teilen, Kinder fit zu machen für die Zukunft. Zu sehen, mit welcher Begeisterung und Kreativität und Fantasie die Kids dabei sind und wie sie sich weiterentwickeln in ihrem Technologieverständnis, aber auch in ihren sozialen Kompetenzen. Da merkt man, wie wichtig unsere Arbeit ist. Also das, was Hands on Technology macht, halte ich für gesellschaftlich und bildungspolitisch wichtig. Weil für mich die First Lego League ein wichtiges Bildungselement im Hinblick auf Zukunft ist. Die Arbeit der Frauen zeichnet besonders aus, dass sie, glaube ich, die Kinder immer in den Mittelpunkt stellen und bei allen Problemen immer gucken, dass es am Ende für die Kinder passt. Die Mitarbeiterinnen von Hands on sind genial. Sie sind sehr freundlich, hilfsbereit, kümmern sich um alles, was wir Regionalpartner an Fragen haben, liefern uns alles Material einfach eine top Unterstützung.